Noch einmal 25. Januar 2015. Ich habe heute Backwochenende und das soll jetzt mein Knäckebrot werden mit verschiedenen Zutaten. Schauen wir mal, wie es wird. Ich werde es in einer Stunde dann raus tun. So schaut meine Küche jetzt danach aus. Also ich muss jetzt dann langsam hier aufräumen und anfangen. Im Hintergrund hört ihr Klassikradio und so ist meine Aussicht beim Arbeiten. Ist doch nicht so schlecht, oder? Bis später. Ciao, ciao.